Was kannst du tun, um Alzheimer-Erkrankungen zu vermeiden bei dir und den Menschen, die du liebst? Da möchte ich in diesem Video schon mal anfangen, drüber zu sprechen. Die Go-Best-Strategie ist eine Strategie, die ich entwickelt habe, um Gehirnoptimierung zu erzielen durch Bewegung, Ernährung, Schlaf und spezifisches Training. Was genau dahinter steckt, das werde ich dir auf diesem Kanal in aller Ruhe erklären. Ich möchte dir heute aber schon mal einen kleinen Überblick darüber geben, was ungefähr dahinter steckt. Gehirnoptimierung als solche ist zum einen das explizite Training der eigenen Gehirnzellen. Das explizite Training, das Wachstum, die Neuroplastizität in deinem Gehirn aufrechterhält. Das kann man zum Beispiel durch alltägliche Übungen erreichen, wie einfach mal alles mit links machen, wenn man Rechtshänder ist. So einfache Sachen wie Zähneputzen mal mit der anderen Hand oder einfach mal einen anderen Weg zur Arbeit gehen, fahren oder oder. All solche Dinge führen dazu, dass wir unser Gehirn langfristig optimieren. Da gibt es natürlich noch eine ganze Reihe spannende Sachen drüber zu erfahren. Wenn du da mehr darüber wissen möchtest, dann schau doch mal unten in die Videobeschreibung. Beim Thema Bewegung sind die Studien absolut glasklar. Der, der körperlich fit ist, bleibt lange geistig fit. Je höher die Beinkraft von einem Zwilling, so hat man in der Zwillingsstudie am King's College in London schon in den 60er Jahren herausgefunden, der mit der höheren Beinkraft hat auch das größere Hirn. Das größere Gehirn ist häufig das gesündere Gehirn. Was für Bewegung wäre an dieser Stelle angebracht? Schnelles und zügiges oder auch knackiges Laufen, wie ich es gerne nenne, ist ein guter Weg, um Bewegung ins Leben zu bringen. Auf jeden Fall jede Treppe mitnehmen. Die Klassiker, ihr kennt sie schon. Und ganz, ganz wichtig, je älter ihr werdet, umso mehr Krafttraining solltet ihr mit einbauen. Ja, Krafttraining mit Handeln oder mit dem eigenen Körpergewicht. Wenn wir uns die Ernährung anschauen, dann ist auch eins sonnenklar. Ganz viele von den Lebensmitteln, die wir super lecker finden, stehen leider auf der Liste der Lebensmittel, die uns auch super krank machen. Eine vorwiegend pflanzliche Ernährung wäre also der richtige Weg. Ganz wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall dafür sorgt, dass ihr gute Omega-3-Fettsäuren in euch bekommt, um euer hauptsächlich aus Fett bestehendes Gehirn mit den richtigen Fetten zu versorgen. Omega-3-Fettsäuren sind klassischerweise etwas, was man den Menschen aus Fischöl angedeihen lassen möchte. Ich möchte euch unabhängig von zahlreichen Studien, die es dazu gibt, einen Gedanken mit auf den Weg geben. Fischöl ist aus Fisch. Fisch schwimmt im Meer. Oder in einer Fischzuchtstation. In beiden Fällen ist die Umgebung, in der dieser Fisch groß geworden ist, suboptimal. Wenn ihr euch mal überlegt, wie dreckig unsere Meere sind, sei es durch die Belastung von Mikroplastik und wir wissen nicht, wie klein das noch werden kann, als auch die Belastung durch Quecksilber oder andere Schadstoffe, von denen wir nicht wissen, wer, wann, wo, wie viel ins Meer leitet. Insgesamt ist die Verpackung der Omega-3-Fettsäuren, der guten, wichtigen Omega-3-Fettsäuren in Fischöl unterm Strich suboptimal. Viel besser wäre es an der Stelle, auf ein Algenöl zurückzugreifen oder Omega-3-Fettsäuren über Leinöl zu sich zu nehmen. In meinem Bootcamp gehe ich da näher drauf ein. Die Regeneration oder der Schlaf ist ein riesengroßes Thema. Da gibt es so viele Stellschrauben, an denen man drehen kann und so wenig Leute beschäftigen sich tatsächlich damit. Immer wieder höre ich, ich weiß gar nicht, warum der Alzheimer bekommen hat. Der hat doch in seinem Leben alles richtig gemacht. Der war leerer und der war immer neugierig und der war immer fröhlich und so weiter und so fort. Aber vielleicht hat er immer schlecht geschlafen. Ohne Schlaf kann unser Gehirn die ganzen Toxine, die sich im Gehirn ansammeln, nicht wieder raus waschen. Schlaf super wichtig. Ganz spannendes Thema, gibt es bald ein Video zu. Was ist mit Training gemeint? Unter Training verstehe ich gehirnaufbauende Tätigkeiten. Das könnte zum Beispiel sein, tanzen lernen, ein neues Musikinstrument lernen, ein Buch schreiben, Karten spielen, singen lernen, für jemanden ein Mentor sein, irgendetwas tun, was das Gehirn weiterhin aktiv hält. Ja, man darf auch Kreuzworträtsel machen, wenn einem die Spaß macht. Wichtig ist, dass ihr auf gar keinen Fall immer nur in Routinen verfallt, sondern dafür sorgt, dass ihr ganz bewusst eure Neuroplastizität aufrecht erhaltet. Neuroplastizität bedeutet, dass man auch noch im Alter weiterhin neue Gehirnzellen aufbaut. Das ist möglich. Das funktioniert zwar nicht mehr so automatisch, wie das bei Kindern funktioniert, aber es geht. Wie genau, verrate ich euch in einem meiner nächsten Videos. Klingt ein bisschen kompliziert alles. Es ist in der Umsetzung auch, das muss man ehrlicherweise sagen, nicht ganz einfach, aber dafür bin ich ja da. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche am Sonntag. Ich bin Barbara Röss. Vergiss mich nicht. Ich bin Barbara Röss. Vergiss mich nicht.